Wir haben das Ganze genannt, angezielt und doch daneben ein kritischer Überblick über die Forschung. Und das Geheimnis dieses ersten Satzes werde ich Ihnen lüften. Meine Kollegin Frau Christ wird Ihnen etwas über unsere Arbeit zum Jahresthema erzählen. Das heißt, über den Auftrag berichten, von dem ich heute Morgen auch schon gesprochen habe. Also empirische Forschung zu suchen, zu recherchieren, zu dokumentieren, aufzubereiten, die sich mit den Zugängen zu politischem Bildung befasst. Wobei Zugänge ein nicht sehr gut zutreffendes Wort ist und ganz viele unterschiedliche Facetten hat, die wir versuchen aufzudröseln. Jetzt lege ich das mal weg. Dann kann ich lesen. Okay. Wir wissen, dass weite Bevölkerungsteile an politischer Bildung nicht partizipieren. Das ist heute deutlich nochmal gesagt worden. Sie bilden die Gruppe der Nicht-Erreichen oder gelten als schwer erreichbar. Und es ist in diesem Zusammenhang auch üblich, von Zielgruppen zu sprechen und Einteilungen vorzunehmen. Gemeint sind dann Menschen, die adressiert werden sollen von politischer Bildung und die aufgrund bestimmter Merkmale zu Gruppen zusammengefasst werden. Das ist das Neutralste, was man eigentlich dazu sagen kann. Es gibt in der Wissenschaft verschiedene Modelle, Zielgruppen zu konstruieren. Und in vielen vorhandenen empirischen Untersuchungen ist es in der Tat nach wie vor üblich, diese einzelnen Merkmale zum Beispiel als demografische Merkmale zu identifizieren, von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Adressatinnen und Adressaten, diese zu überhöhen und sie zur Grundlage einer Gruppeneinteilung zu machen. Und genau dann sind wir bei der Rede, die ich auch eingangs zitiert habe und wo wir, glaube ich, uns alle einig sind, dass sie für die konkrete Arbeit untauglich sind, dass also bestimmte Bevölkerungsgruppen nach Alter, nach Geschlecht, nach Bildungsgrad, nach ethnischem oder geografischem Hintergrund eingeteilt werden oder nach sozialer Lage. Eine weitere Erweiterung erfahren diese Einstellungen in der Konstruktion von sozialen Milieus. Dann werden Gruppen von Menschen nicht nur anhand sozialer Merkmale, sondern auch anhand zum Beispiel einer ähnlichen Lebensführung, Geschmack, Freizeitverhalten, Habitus, Vorlieben oder Einstellungen zusammengefasst. Die Motive, Gruppen zu charakterisieren, sind unterschiedlich. Sozialwissenschaftlich gesehen werden damit Zusammenhänge konstruiert in der Art, dass Vorhersagbarkeiten oder Wahrscheinlichkeiten, also wenn dann Beziehungen entworfen werden. Eine solche Wahrscheinlichkeit ist die, dass, wenn ein Mensch einen geringeren Bildungsstand hat, er wahrscheinlich weniger an politischer Bildung interessiert ist. Manche dieser Zusammenhänge sind stärker und damit wahrscheinlicher als andere. Einige Wahrscheinlichkeiten hängen davon ab, wie viele Faktoren man in Betracht zieht. Werden wenige oder gar einzelne Merkmale übergeneralisiert, sinkt die Wahrscheinlichkeit, die Beschreibung der Zielgruppe operationalisierbar machen zu können, also etwas vorhersagen zu können. Für die Politik ist die Konstruktion von Gruppen wichtig, um beispielsweise Risikolagen und Ungerechtigkeiten erkennen und benennen zu können, wie beispielsweise die soziale Spaltung der Bildungschancen und deren Abhängigkeit von vor allem sozioökonomischen Bedingungen der Betroffenen. Und für pädagogische Zusammenhänge, wie die der politischen Bildung, ist das Wissen über die Bedingungen potenzieller Teilnehmender wichtig, um adäquat und zielgerichtet handeln zu können, sei es bei der Gestaltung von Angeboten, der Auswahl von Themen, Formaten, Methoden oder auch beim Umgang mit Personen, wenn das Wissen über deren Lebensbedingungen hilfreich für die Entschlüsselung ihrer Kommunikation, Lernen oder sozialen Bedürfnisse sein kann. Aber die Einstellung in Zielgruppen ist in mehrfacher Hinsicht problematisch. Die Rede von Zielgruppen beschreibt eine einseitige Perspektive von Anbietern, wir hatten das heute schon mal, zum Beispiel von politischen Bildungsangeboten, zu Abnehmern, als wenn Gruppen angezielt und dann auch getroffen oder auch eben verfehlt werden könnten. Dem widerspricht ein Verständnis von Bildung als Selbstbildung und Koproduktion, bei dem die Bildungsgelegenheiten partizipativ und dialogisch gestaltet werden. Dem widerspricht auch eine unserer Meinung nach angemessene Haltung, dass politische Bildung nicht nur eine Anbieterperspektive einnehmen sollte, bei der sich Teilnehmer etwas abholen können, sondern selbst eine Bringschuld hat. Auch das hatten wir heute schon als Thema. Der Blick auf Zielgruppen verstellt häufig den Blick dafür, dass auch die Anbieter aus Sicht der Zielgruppen unterschiedlich wahrgenommen werden, da die Träger oder die Schule oder die politischen Bildnerinnen und Bildner selbst eine Nähe beziehungsweise ferne zu bestimmten Merkmalen oder Gruppenmerkmalen aufweisen. Fragt man also nach Zugängen oder auch Hindernissen, dann muss man nicht nur die Adressatinnen politischer Bildung betrachten, sondern auch Träger und Angebote charakterisieren, die Gelegenheiten zu politischer Bildung eröffnen und gestalten oder genauso gut ausschließen können. Man muss also deutlich auch die Exklusionsmechanismen gleichzeitig in den Blick nehmen. Die Rede von Zielgruppen meint häufig bestimmte Menschen mit bestimmten Merkmalen. Dieser Fokus kann den Blick auf die strukturellen Bedingungen und sozialen Lagen verstellen, die beeinflussen, ob Menschen politische Bildungsgelegenheiten nutzen oder nicht. Dies können zum Beispiel personelle oder finanzielle Ressourcen sein, örtliche, geografische Gegebenheiten, rechtliche oder kommunikative Vorgaben. Die Suche nach Gründen einer Nichtteilnahme, aber auch die nach Zugängen, sollte nicht dazu führen, dass die Gründe für das eine oder andere nur als individuelle Dispositionen thematisiert werden. Und auch hier wieder können ausschließende Bedingungen sowohl auf Seiten der Adressatinnen und Adressaten wie auf Seiten der Anbieter liegen. Und diese Frage danach ist entscheidend für die Frage, an welcher Stelle Veränderungspotenzial liegt. Also auch das hatten wir eben, erwarte ich vom Teilnehmenden oder zu Adressierenden, dass er sich gefälligst bildet, ist das natürlich eine andere Frage, als die Frage zum Beispiel nach dessen struktureller Bedingtheit. In diesem Zusammenhang muss eine Perspektive problematisiert werden, die die Sinnhaftigkeit politischer Bildung für bestimmte Zielgruppen fraglos voraussetzt. Das war eben die Rede der paternalistischen Haltung. Demnach gäbe es keine guten, also rationalen Gründe für eine Nichtteilnahme. Die Nichtnutzung von politischen Bildungsgelegenheiten wird als Defizit gewertet. Stattdessen sollte bedacht werden, dass es immer persönliche Verhaltensrationalitäten gibt, die grundsätzlich nicht schlechter oder besser sind als andere. Eine Nichtteilnahme kann individuell sinnvoll sein und außerdem wird es auch ein Recht auf Nichtteilnahme und auch für Schülerinnen und Schüler im Sinne eines Nichtinteresses. Dies zu bedenken heißt, eine paternalistische Perspektive mit einer empathischen Perspektive zu tauschen und auf diese Art und Weise eventuell Zugänge zu finden, auf die man vorher nicht gekommen wäre. Einteilungen in Zielgruppen sind immer notwendig unspezifisch. Das Ziel der Beschreibung einer Zielgruppe oder eines Milieus ist es ja gerade, Gemeinsamkeiten zu benennen oder zu generalisieren. Sie treffen also nie voll und ganz das Individuum, das einer solchen Gruppe zuzählt. Dieser eigentlich allen bekannte Gedanke wird aber vor allem alltagssprachlich immer wieder konterkariert. Häufigkeiten und Überschneidungen von Definitionen führen zu alltagssprachlich gebräuchlichen Etiketten wie Politikferne, Bildungsferne, wir haben es schon erwähnt. Die sind aber wiederum aufgrund ihrer Unschärfe für eine Operationalisierung, zumindest für die Bildungspraxis, in der Regel wenig hilfreich. Sie sind sogar unzulässig, weil sie vereinfachen und komplexe gesellschaftliche und individuelle Lagen nicht gerecht werden. Die Absicht der Politik, durch die Identifikation bestimmter gesellschaftlicher Zielgruppen, soziale Ungerechtigkeiten oder besondere Förderbedarfe erkennbar zu machen, gerät automatisch in einen Widerspruch, wenn diese Konstruktion zum Beispiel im Rahmen von Förderprogrammen zu einer Stigmatisierung führt. Auch das klang eben schon mal an. Das Gleiche gilt, wenn die Einteilung in Zielgruppen eine Fremdzuschreibung bedeutet, die Menschen mit bestimmten Merkmalen als deviant oder unzulänglich etikettiert und damit sogar diffamiert. Die Sensibilität gegenüber solchen Defizitzuschreibungen zeigt sich immer wieder in der Kritik, auch unserer Kritik, von Begriffen wie Flüchtlingen, Behinderten, Migranten. Auch wenn manch einem diese Begriffskritik zu viel wird, dann kann das aus unserer Perspektive eigentlich nur bedeuten, dass der auch eine Differenzierung im Denken und im Verhalten folgen muss, um nicht bloß der Etikette zu bleiben und um Diskriminierung entgegenzuwirken. Fremdzugeschriebene Gruppeneinteilungen sind aber nicht nur diskriminierend im Sinne von lateinisch Diskriminare, also Trennen, Absondern, Abgrenzen, Unterscheiden. Sie beeinflussen nicht nur die Wahrnehmung anderer auf die vermeintlich einheitliche Gruppe, sondern sie führen auch zu Selbstzuschreibungen von Menschen mit bestimmten Merkmalen. Der Klassiker, ich als Hauptschüler, bin ganz sicher nicht als Adressat für Angebote politischer Bildung gemeint. Fremd- und Selbstzuschreibung führen zu einem nicht gewollten Ausschluss und verhindern das Nachdenken über adäquate Möglichkeiten der Öffnung und der Kommunikation. Und nicht zuletzt, die Einteilung in Zielgruppen führt oft schlicht und einfach in die Irre. So war man in der Diskussion zu Teilnehmenden oder Zielgruppen politischer Bildung in der Vergangenheit davon überzeugt, dass es vor allem diejenigen Menschen sind, die selten politische Bildungsangebote nutzen, die beispielsweise einen niedrigen Bildungsabschluss oder eine Migrationsgeschichte haben oder soziale Benachteiligung erfahren. Und dem stehen Erfahrungen der letzten Jahre entgegen, in denen gebildete, sozial gut situierte Menschen besonders prominent ihre Politikfeindlichkeit ausdrücken oder eine der Demokratie verpflichtete, vielfältige und kritische politische Bildung offensiv ablehnen. Die Frage also, welche Zielgruppen tatsächlich wenig erreicht werden und warum, muss genauer gestellt werden. Den sturen Blick auf die Zielgruppen als anzuzielende Gruppen, diesen sturen Blick zu durchbrechen, ist eine inklusive politische Bildung angetreten. Sie verlangt unter anderem, dass sich der Blickwinkel der politischen Bildung um die Wahrnehmung, um die kritische Wahrnehmung der eigenen sogenannten Schließungsmechanismen, einige sind genannt worden, Kommunikation, paternalistisches Denken, Habitus etc. erweitert. Sie fordert auch, dass politische Bildung ihren gegenwärtigen Radius erweitert, und zwar in zweierlei Hinsicht. Einmal sollte sie sich selbst nicht abfinden wollen mit dem, was der Fall ist, und zweitens Betroffene ermächtigen, exkludierende Grenzen aufzubrechen und legitime soziale Schließungen zu gestalten. Politische Bildung müsste dabei auch ihre eigenen fachlichen Grenzen durchlässig machen, sich öffnen für die beim Verändern von Verhältnissen gemachten neuen Erfahrungen, sich bilden lassen von ihren Adressaten, und wenn es bei Inklusion um Teilhabe geht, dann muss sich das auch in den partizipativen Formen wiederfinden, in denen sie angegangen wird. Das war ein Zitat von Kronauer. Gefordert wird zudem eine genaue Überprüfung von Zielgruppenmerkmalen. Ist es das Merkmal Migrationsgeschichte, das den Ausschluss markiert, oder nicht eher zum Beispiel die Sprache oder die Art der Kommunikation? Ist es Politikferne oder die biografische Erfahrung von Arbeits- oder Perspektivlosigkeit, die für so eine Schließung wirksam wird? Diese Differenzierung von Differenzmerkmalen führt bereits zu einer veränderten Perspektive, welche die Anbieter und die Angebote einschließt und nach der Passfähigkeit von beidem zueinander fragt. Inklusive Pädagogik hieße aus pädagogischer Perspektive, die Konstruktion von Zielgruppen im konkreten Fall immer wieder zu dekonstruieren. Im Wissen über Merkmale die Wahrscheinlichkeiten nahelegen, immer wieder den Abgleich mit der Realität zu suchen und individuell einzugehen auf das, was aktuell gesellschaftspolitisch oder biografisch adäquat ist. So fordert Helmut Bremer für die pädagogische Professionalität eine, Zitat, milieubezogene pädagogische Reflexivität, das heißt ein sich selbst in Beziehung setzen zu den Lernenden. Man müsse ein Sensorium und eine Diagnostik entwickeln, um etwa Lernmotive und Stile, Widerständigkeiten, Kompetenzen, Dispositionen als praktischen Ausdruck sozial verschlüsselter Ungleichmuster zu dechiffrieren und daraus Handlungsformen zu entwickeln. Gleichzeitig ist die Bereitschaft, Angebote politischer Bildung zur Kenntnis zu nehmen, politische Fragen zu bearbeiten oder sich politisch einzumischen, nicht nur abhängig von zum Beispiel sozialen und ökonomischen Lebensbeziehungen einer Person, sondern auch von ihrer aktuellen Lebenssituation, die sie unterschiedlich empfänglich macht für bestimmte Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten. Auch das ist anschlussfähig an das, was wir bisher gehört haben. Luther Böhnisch sagt dazu, Motiv, Anlass und Gelegenheit, hört sich an wie im Krimi, zum politischen Engagement wie auch zur Teilhabe an politischer Bildung müssen in einer günstigen Weise zusammentreffen. Sven Liebert hat es auch gerade gesagt. Von den Bildnerinnen kann dieses Zusammentreffen zwar nicht herbeigeführt werden, aber das Wissen um diesen Zusammenhang ist wichtig, um bei der Planung und Durchführung von Angeboten biografische Passungen aufzuspüren und unterstützen zu können. Eine grundsätzliche Sensibilisierung und ein ständiger Perspektivwechsel wären also nötig, wenn politische Bildung ihrem Anspruch, kein Elitenprojekt zu sein, einlösen will. Und gleichzeitig bedarf es einer intensiven Beschäftigung mit Ausschlusslinien und Anschlusslinien, die quer zu traditionellen Zielgruppenkonstruktionen liegen. Was heißt das für die Praxis und für unsere Tagung? Die Forschung, die Auskunft oder Anregung geben könnte, wie politische Bildung für alle aussehen könnte, die empirische Forschung, ist in der Regel zielgruppenspezifisch ausgerichtet. Wenn Sie in der Nachfolge dieser Tagung oder auch schon auf unserer Homepage sich mal die Titel angucken, Barbara Christ wird es gleich vortragen, 160 verschiedene Studien, die wir gesammelt und gesichtet haben, dann werden Sie das deutlich merken, dass das, was ich jetzt gerade gesagt habe, angesichts der Forschung der Querbalken dazu sein sollte, wenn man so will. Um dem eben formulierten Anspruch nachzukommen also, haben wir versucht, von den Zugängen her zu schauen, von den Anschlusslinien her zu schauen, die Perspektive also zu drehen und danach die Themen unserer Transferdialoge zu ordnen. Nicht eingehalten haben wir die veränderte Perspektive bei unserer Online-Umfrage, die einige von Ihnen kennen und an der sich erfreulich viele 778 Menschen aus einer großen Bandbreite, aus sehr verschiedenen Arbeitsbereichen beteiligt haben. Wir haben im Vorfeld und im Laufe unseres Jahresthemas uns selbst die Frage gestellt, wer sind denn schwer erreichbare Zielgruppen und haben sie dann weitergegeben in die politische Bildung, wer ist denn für Sie? Welche Zielgruppen sind für Sie die schwer erreichbaren und um welche müsste sich die politische Bildung stärker bemühen? Barbara Christ wird gleich zu den Ergebnissen etwas sagen, man kann aber ganz deutlich sehen, dass die Fragen bereits vor allen Dingen in den freien Antwortmöglichkeiten ein hohes Maß an Sensibilität und Bewusstsein der Antwortenden spiegeln, denn immer wieder wird uns gemahnt, dass bereits unsere Frage schon falsch war, nämlich man hat sich verweigert, sich der Logik der angebotenen Kategorien zu unterwerfen und hat diese kritisch hinterfragt. Ursprünglich wollten wir ein Meinungsbild, wer denn schwer erreichbare Zielgruppen für die politische Bildung sind. Herausgekommen ist ein äußerst differenziertes und differenzierendes Bild. Und neben Woden für ganz spezielle Gruppen, auch solchen, die wir gar nicht aufgelistet hatten, gab es häufig Antworten, um wen sich politische Bildung besonders bemühen sollte, um alle. Sie sollte sich um alle bemühen, alle müssen ständig die Demokratie stärken, ist eine Antwort gewesen. Und kritische Töne, welche die Klasterung der Antwortmöglichkeiten als vermeintlich homogene Gruppen kritisiert hat, hat es natürlich auch zuhauf gegeben. Beide Argumente sind richtig, oder beide Vorgehensweisen sind aus unserer Perspektive richtig und zeigen, dass wir uns bei der Frage nach den tatsächlichen und möglichen Teilnehmenden und Nutzerinnen politischer Bildungsmöglichkeiten in einem Prozess befinden, einer Dialektik vielleicht, vielleicht auch in einer Art Spiralargumentation, jedenfalls in Bewegung und auf dem Weg. Ich möchte Ihnen unsere Arbeit vorstellen, denn wie wir schon gehört haben, ist diese Tagung auch das Herzstück mit unserer Arbeit und wo wir unsere Arbeit am Jahresthema Ihnen zeigen wollen und was wir da gemacht haben. Wie wir schon gehört haben, haben wir dieses Jahr 160 oder mehr als 160 Studien zu dem Thema Zugänge gesammelt und ich kann Ihnen so einen kleinen Einblick geben oder versuche das. Genau, das ist unsere Im-Fokus-Seite, da können Sie das nachlesen, die Ergebnisse zum Jahresthema und wir haben herausgefunden, dass sich doch sehr viele Studien mit Zugängen beschäftigen und Zugängen zu wenig erreichten Zielgruppen politischer Bildung oder Bildung im Allgemeinen. Wir als Transferstelle gucken aber auch immer in die Randbereiche. Es gibt eben auch Studien, die sich mit den Barrieren beschäftigen und gleichzeitig dadurch Zugänge aufzeigen im Gegenzug. Und weitere Studien, zum Beispiel aus der Politikwissenschaft oder aus der Psychologie, die sich mit Partizipation, und wir haben auch schon einige gehört, oder Einstellungen beschäftigen, leiten Zugangsmöglichkeiten ab. Einige tun das sogar explizit für die politische Bildung, wobei es keine Arbeiten sind, wo wir sagen würden, das sind Arbeiten aus der politischen Bildung. Viele Ergebnisse haben wir bereits auf unserer Homepage veröffentlicht, noch nicht alle, da sind wir im Moment noch dran, dass Veröffentlichungen stattfinden. Und das finden Sie eben auf unserer Jahresthemenseite. Dort stellen wir die Studien zum Jahresthema vor. Außerdem finden Sie auf unserer Homepage Praxisbeispiele. Das sind zum Beispiel Praxisprojekte, die beforscht wurden oder die forschungsfolgend sind. Sie finden Interviews mit Wissenschaftlerinnen und Praktikerinnen. Einige stelle ich Ihnen auch gleich noch vor. Und wir bieten Raum für Schlussfolgerungen, die jetzt unserer Diskussion oder nicht nur Schlussfolgerungen, sondern Überlegungen, die jetzt unserer Diskussion mit unserem Beirat und Expertinnenrat zum Jahresthema stattgefunden haben. Und daran können Sie sich gerne beteiligen. Da haben wir einen Aufruf gemacht und wir freuen uns, wenn es um das Thema Zielgruppen geht, da auch noch mehr Meinungen zu hören oder Einblicke zu bekommen für unsere Arbeit. Neben dieser Arbeit stellen wir Veranstaltungen vor, weisen auf Publikationen hin, die Praxisempfehlungen aus Forschungsprojekten formulieren, stellen auch Praxisforschung vor. Das ist der Kern unserer Arbeit. In diesem Jahr haben wir uns neben dem Thema wenig erreichte Zielgruppen zwei anderen Schwerpunkten noch oder zwei Zielgruppenschwerpunkten gewidmet. Wir haben zwei Dossiers, eins zum Thema Flucht und Asyl. Dort finden Sie Forschung zu dem Thema, Publikationen, wissenschaftliche Informationsquellen. Und als zweites Thema haben wir dieses Jahr politische Bildung und Russlanddeutsche uns zur Aufgabe genommen. Da gibt es nicht sehr viel, aber das, was es an Praxis und Forschung gibt, unter anderem wird Herr Brinker, der hier auch im Dialog da ist, im Dossier hat er uns die Möglichkeit gegeben, ihn zu erwähnen und stellen da eben auch Projekte politischer Bildung und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor. Sie sind die Ersten, die die Ergebnisse unserer Umfrage, denen ich das präsentieren kann, denn die haben wir gerade erst beendet und wir konnten selber auch gerade erst mal reingucken. Hier sehen Sie die Ergebnisse der ersten Frage, um welche Zielgruppen sollte sich die politische Bildung mehr bemühen. Wir haben schon gehört, es gab da eben auch viel die Antwort um alle und Zielgruppen ist sowieso schwierig und wir sehen auch hier, die Antworten waren sehr divers, mit über 50 Prozent liegen Menschen mit Migrationshintergrund, Bildungsbenachteiligte, politikferne Menschen, Menschen mit undemokratischen Einstellungen. Man kann es leider nicht so genau sehen, weil das abgeschnitten wurde vom System, aber vielleicht kann man sich denken, was da noch stehen sollte. weniger als Zielgruppe werden junge Männer und Männer allgemein, Mädchen und Frauen, aber auch Erwachsene und ältere Menschen gesehen, wobei das liegt halt auch immer noch zwischen 13 und 20 Prozent, da die Antworten, es waren mehrfach Antworten möglich und die Ergebnisse werden wir auch in unsere Jahresbroschüre einbringen, genauso wie unsere Arbeit am Jahresthema allgemein. Als zweites haben wir gefragt, welche Maßnahmen halten Sie für wichtig oder besonders wichtig, um mit diesen Zielgruppen zu arbeiten und hier ergibt sich ein noch diverseres Bild. Ich hoffe, das können alle sehen, auch von vorne. Und hier sehen wir eben, es wird auch in der Praxis und in der wissenschaftspolitischen Bildung nicht nur ein Weg als Zugang oder als der Königsweg des Zugangs gesehen, sondern es sind hier also sehr, sehr viele Zugänge sehr hoch oder Maßnahmen sehr, sehr hoch angegeben worden. Und das hat uns im Endeffekt auch nochmal in unserer Arbeit am Jahresthema bestätigt, dass wir versuchen, möglichst viele Zugänge darzustellen. Hier finden wir Aktion, Partizipation, Kommunikation, dazu haben wir zum Beispiel leichte Sprache gezählt, Brückenmenschen, die Veränderung des Habitus, Erfahrungslernen ist es, glaube ich, aufsuchende Arbeit, innovative Methoden und Didaktiken, Kooperationen, spezifische Lernorte. Darunter kommen digitale Medien, Beziehungsarbeit, Inhalte, zum Beispiel das Aufnehmen von Bürgerinnen, Sorgen, der Bezug zu religiösen oder weltanschaulichen Themen, die Bildungsberatung, spezifische Informationswege und spezifische Marketingmaßnahmen mit 10 Prozent. Wir haben uns gefreut, dass ein breites Spektrum an Personen aus der politischen Bildung teilgenommen hat. Wir können schon mal einen kleinen Überblick geben. Jeweils 35 Prozent kamen aus der politischen Jugendbildung, 35 Prozent aus der politischen Erwachsenenbildung. Rund 25 Prozent der Teilnehmenden waren im Bereich der Wissenschaft tätig und jeweils zwischen 15 und 20 Prozent in der Schule, in Politik und Verwaltung, sowie in der sozialen Arbeit. Auch hier waren eben Mehrfachnennungen möglich. Viele Menschen arbeiten nicht nur in einem Feld, sondern gleich in mehreren der politischen Bildung und haben das dann eben auch so angegeben. Ich möchte Ihnen einige Studien vorstellen, mit denen wir uns in der Arbeit zu unserem Jahresthema beschäftigt haben. Und diese Studien sind eben auch nur Beispiele. Es sind auch immer nur Beispielergebnisse. Nicht, dass hier einige Personen sitzen, die sagen, meine Studie hat aber noch viel mehr Ergebnisse gehabt. Das stimmt. Und das können Sie auch bei uns nachlesen. Ich kann es nur nicht alles sagen, leider. Und auch diese Studien sind eben nur Beispiele dafür, welche Bandbreite es gibt, wenn man sich mit dem Thema wenig erreichte Zielgruppen und Zugängen beschäftigt. Da möchte ich also unsere Arbeit können Sie immer auf unserer Homepage und in unserer Jahresbroschüre, an der wir gerade noch arbeiten, nachlesen. Als erstes möchte ich Ihnen das Projekt Young Workers for Europe und die wissenschaftliche Begleitung vorstellen. Das Projekt ist ein Projekt aus dem Bereich der internationalen Jugendarbeit gewesen. Das 2012 und 2014 vom aktuellen Forum, Ulrike Engler ist da, die kann sicherlich auch was dazu erzählen, getragen und von der Technischen Hochschule in Köln und von der Universität Duisburg-Essen, Felix kommt gerade rein, evaluiert wurde. Im Projekt nahmen Jugendliche und junge Erwachsene, die sich in berufsvorbereitenden Maßnahmen oder in einer außerbetrieblichen Berufsausbildung befanden, an Handwerkseinsätzen im Ausland teil. Jetzt mag man sich fragen, was hat das mit politischer Bildung zu tun? Felix Ludwig und Judith Dubisky zeigen in ihren Evaluationen auf, welche Chancen in der Verknüpfung von internationaler, berufsbezogener und politischer Bildung liegen. Also hier war besonders historisch-politische Bildung wichtig. Und über die Träger der Jugendberufshilfe, die am Projekt beteiligt waren, konnte eine Zielgruppe angesprochen werden, die auch in der politischen Bildung oft wenig erreicht wird. Auch die unterschiedlichen Methoden und die Arbeit vor Ort wirkten für den pädagogischen Prozess positiv, so zumindest die Ergebnisse der Evaluation und insbesondere der Abbau von Vorurteilen durch die Begegnung mit den Menschen im Ausland und der Beitrag zur historisch-politischen Bildung können hervorgehoben werden. Für die praxispolitische Bildung geben beide Autorinnen Hinweise, wie die Verbindung unterschiedlicher pädagogischer Elemente gelingen kann und was dann auch für zukünftige Projekte wichtig wäre. Zusätzlich zu den beiden Studien, die Sie bei uns in der Datenbank finden, haben wir ein Interview mit Verena Reichmann, das sieht man hier unten, geführt, vom aktuellen Forum und die hat uns berichtet, wie dieses Projekt und die Auswirkungen des Projektes beim aktuellen Forum nachwirken und welche Rolle die politische Bildungsarbeit da im Projekt spielte. Ein weiteres Beispiel aus der Forschung ist das Projekt oder die Publikation Weiterbildung und Weiterbildungsberatung für Bildungsferne und das ist eine Publikation von Helmut Bremer, Marc-Klehmann Göring und Farina Wagner aus dem Jahr 2015 und da werden die Ergebnisse einer mehrjährigen wissenschaftlichen Begleitung dreier aufeinander aufbauender Projekte zur Weiterbildung und Weiterbildungsberatung schwer zu erreichen in der Zielgruppen dargestellt und die Projekte fanden 2009 bis 2014 an vier Projektstandorten in Nordrhein-Westfalen statt und sie zielten darauf ab, neue Konzepte, Angebote und Vernetzungen zu entwickeln und aufzubauen. Es ging in diesem Projekt um potenziell alle Themen der Weiterbildung, also somit auch um Themen der politischen Bildung und ich möchte Ihnen einige Ergebnisse nicht alle vorstellen. Die Autorinnen und Autoren weisen darauf hin, dass die vorherrschende Kommenstruktur der Einrichtung durch eine G-Struktur oder der Einrichtung ergänzt werden muss. Wir sprechen hier dann von aufsuchender Bildungsarbeit und Bildungsberatung. Die Bildungsarbeit muss an den drängenden Problemen der Zielgruppe ansetzen und dem persönlichen Kontakt und dem Aufbau von Vertrauensbeziehungen kommt eine besondere Bedeutung vor. Das sind alles Sachen, die haben wir heute auch schon gehört. Brückenmenschen und Vertrauenspersonen, die werden so zeichnet, können bei Weiterbildungsberatung, Angebotsentwicklung, der Teilnehmendengewinnung und dann auch der Durchführung selber von Weiterbildungsangeboten förderlich sein. Sie müssen aber auch qualifiziert und kontinuierlich begleitet werden. Dafür braucht es dann Ressourcen. Für die Arbeit ist der Aufbau von regionalen Netzwerken notwendig, die auch Einrichtungen außerhalb der Weiterbildung einbeziehen. Das wurde im Projekt ausprobiert, sehr erfolgreich und ein regelmäßiger Austausch aller Beteiligten vor Ort ist wichtig. Worauf die Autoren hinweisen ist, dass es keine Patentrezepte in der Arbeit mit bildungsfairen Zielgruppen die jeweiligen Gegebenheiten bedacht werden müssen und es muss eben eine Bestandsaufnahme vor Ort stattfinden. Hier müssen auch die Einrichtungen ihre eigene Perspektive und ihren Habitus im Zusammenhang mit der Zielgruppe reflektieren. Auch das Dinge, die wir heute schon gehört haben, aber die auch in der Empirie eben Bestätigung finden. Und die Ressourcen für die Arbeit mit der Zielgruppe sind bei den Trägern der Weiterbildung oft nicht vorhanden. Auch die bestehende Förderlogik ist vielfach hinderlich. Wichtig wäre es, eine Unterstützungsstruktur für die Einrichtungen zu implementieren. Ich habe Ihnen ein Zitat mitgebracht, das ich sehr treffend finde, wenn Seminare sich aufgrund zunehmender Marktverhältnisse im Bereich der Weiterbildung verteuern und Einkommen speziell bei Bildungsfairen niedrig ist, ist Teilnahme auch bei großer Motivation nicht zu erwarten. Das Weiterbildungswesen ist eine Stellschraube, aber es gibt andere, die durch Bildung nicht zu bewegen sind. Eine inklusive Gesellschaft erfordert eine entsprechende Politik im Ganzen. Neben dem Datenbank-Eintrag konnten wir, sehen Sie hier, Interviews mit zwei beteiligten Einrichtungen führen. Da haben uns Monika Schwidde und Helga Lüttke von der Volkshochschule im Kreis Herford und Rainer Rissmeier vom Nell-Bräuning-Haus berichtet, wie das Projekt ihre Arbeit beeinflusst hat. Und auch Helmut Bremer fasste die Ergebnisse der Forschung noch einmal für uns in einem Interview zusammen. Und aktuell ist ein Beitrag zu einem Interview mit Friedhelm Joostmeier von der Landesarbeitsgemeinschaft für eine andere Weiterbildung NRW zu den Zielen der Entwicklung und den politischen Konsequenzen des wissenschaftlich begleiteten Gesamtvorhabens bei uns geplant und wird bald veröffentlicht. Eine der wohl bekanntesten Studien der vergangenen Jahre das kann ich glaube ich schon so sagen liefert viele Einblicke zu Zugangsmöglichkeiten politischer Bildung und in der veranstaltungs- und trägerübergreifenden bundesweiten Studie das ist eben auch es ist jetzt nicht nur der Fokus auf einem Bundesland untersuchen Nadine Balster Jan Rister und Achim Schröder die biografische Nachhaltigkeit politischer Jugendbildung und die Befragten hatten rund fünf Jahre vorher an Veranstaltungen der politischen Bildung teilgenommen und sollten nun die Bedeutung dieser Teilnahme für ihre Lebensverläufe einschätzen und da werden einige Faktoren herausgestellt die für eine erfolgreiche politische Jugendbildungsarbeit herausgestellt werden dazu Herr Schröder vielleicht auch gleich noch im Transferdialog das sind die subjektnahe Ansprache vielfältige Angebote spezielle Lernorte und ambitionierte professionelle Person über die soll Neues erschlossen werden und der Bogen zwischen dem Einzelnen und dem Gemeinwesen exemplarisch hergestellt werden auf diese Weise soll politische Bildung zum Nachdenken und Nachfühlen anregen zudem werden in der Studie extensive Erfahrungs- und auch Zeiträume dazu kommen wir gleich nochmal genannt die eben wichtig sind wenn es darum geht Jugendbildung und politische Jugendbildung zu machen und der Impuls zur Beschäftigung mit politischen Themen kann zwar schon durch eine Veranstaltung gegeben werden trotzdem sind eben Zeiträume wichtig und außerdem wird auf eine solide Förderung hingewiesen und die Aus- und Weiterbildung des pädagogischen Personals als Rahmenbedingungen ich hoffe Sie können vielleicht können Sie das Zitat lesen sonst lese ich das vor das Zitat heißt das ist von einer Viertklässlerin also ich glaube wir haben keine Königin oder König denn man sollte da nicht gleich übers ganze Land bestimmen was was die machen sollen oder vielleicht auch dass die dann entscheiden wer hingerichtet wird oder so und das finden die Deutschen eben nicht sehr gut das ist ein Zitat aus einer Studie von Katrin Asal und Hans-Peter Burt die sich mit einer besonderen Zielgruppe politischer Bildung beschäftigt haben die aktuell immer mehr in den Fokus kommt wir haben allein in diesem Jahr drei Studien zu dem Thema das ist die politische Bildung mit Kindern und das ist eine Studie die sich mit der Politik oder den Politik Vorstellungen von Grundschülerinnen und Grundschülern auseinandersetzt und wenn es um das Thema Zugänge geht sind Kinder sicherlich oder zeigen uns diese Studie welche Möglichkeiten es da gibt und sie schauen eben auch welche Anknüpfungspunkte und didaktischen Konzepte es für den politischen Sachunterricht im Primarbereich überhaupt gibt oder aus ihrer Forschung schließen sie das die Ergebnisse sind als Beispiel dass die politischen Vorstellungen sehr vorhanden sind also die kindliche Welt ist eine politische Welt auch wenn die Vorstellungen stark personenzentriert sind also die politischen Personen wie die Bundeskanzlerin oder der Bundespräsident sind eher bekannt als politische Konzepte oder fachliches Wissen aber hier kann eben auch der politische Sachunterricht ansetzen und über Prozesse und Systeme aufklären und die und die fragten Kinder und das finde ich sehr sehr schön waren politischen Akteurinnen und Prozessen gegenüber durchweg positiv eingestellt und Stereotype und Vorurteile waren kaum vorhanden das konnten sie eigentlich so sagen die gab es da nicht und trotzdem stellen sie heraus dass ihre Vorstellungen maßgeblich von den Massenmedien beeinflusst werden und empfehlen eben in der Grundschule auch schon Medien einzusetzen und auch Medienkritik zu üben Ein Beispiel eher aus dem Bereich der sozialen Arbeit ist die Arbeit von Moritz Schwerthelm Förderung gesellschaftlichen Engagements Benachteiligter in der offenen Kinder- und Jugendarbeit das ist ein Projekt von der Bertelsmann Stiftung gewesen und das sind die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung und Moritz Schwerthelm zeigt in seiner Evaluation auf wie durch intensive Beobachtung und Orientierung an jugendlichen Interessen Partizipation und gesellschaftliches Engagement der offenen Kinder- und Jugendarbeit umgesetzt werden können Für die politische Bildung können viele der Einsichten genutzt werden und wichtig war in dem Projekt dass die Fachkräfte den Jugendlichen aktiv Partizipationsmöglichkeiten in ihrem Alltag eröffneten indem sie sich an den Wünschen und Ideen der Jugendlichen orientierten und selber auch lernten systematisch Partizipationsmöglichkeiten zu erkennen und anzubieten Das hat dann auch Benedikt Sturzenhecker nochmal im Interview mit uns bestätigt und hat zum Beispiel gesagt dass man bei dieser Themensuche nicht immer in den klassischen Kategorien von Projekten politischer Bildung oder gesellschaftlichen Engagements denken sollte Er nennt da zwei Beispiele zum Beispiel wie geht man mit Beleidigungen um oder das Thema Häkeln Die Jugendlichen wünschten sich in der Einrichtung die Einrichtung einer Häkelstube und haben das dann auch durchgesetzt und er sagt eben dass es aber total wichtig war weil sie zum ersten Mal erfahren haben dass die Einrichtung ein kleiner Teil der Gesellschaft ist den sie auch mitbestimmen können und aus dieser Einrichtung der Häkelstube haben sich dann auch ganz viele andere Ideen und Projekte ergeben und das Jugendhaus ist vor Ideen explodiert so sagt er eine Empfehlung von ihm ist es viel prozessorientierter und dialogischer zu arbeiten und es gab eben auch Effekte nicht nur auf die Kinder und Jugendlichen sondern auch bei den Fachkräften die eine ganz neue Freude am Beruf entdeckt haben und auch die Grundaufgabe von Jugendarbeit wieder entdeckt haben und erlebt haben was man eigentlich mit den Kindern und Jugendlichen noch machen kann wenn man sich darauf einlässt ihre Themen eben aufzugreifen und das dann auch umzusetzen er sagt dass die Fachkräfte und das ist auch die Überschrift die Fachkräfte müssen die offene Kinder- und Jugendarbeit wieder als Feld politischer Bildung erkennen eben eben auch als ein Ort wo politische Bildung stattfindet den wir vielleicht nicht immer auf dem Schirm haben in ihrer Studie aus dem Jahr 2014 zeigt uns Anja Besand die auch da ist heute zum anderen Thema dass politische Bildung an beruflichen Schulen ein wichtiger Zugang zu Jugendlichen und jungen Erwachsenen sein kann das Interesse an politischer Bildung ist unterschiedlich jedoch an beruflichen Schulen durchaus vorhanden das ist ein Ergebnis der Studien und hier kann politische Bildung dann besonders erfolgreich sein wenn sie an der Lebenswelt aber auch an der beruflichen Lebenswelt der Schülerinnen ansetzt und Anja Besand sieht die Verbesserung des Unterrichts an beruflichen Schulen der hier halt aktuell teilweise ein bisschen schwierig ist als Chance der politischen Bildung an diese besondere Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene im Übergang zum Beruf zu erreichen und sie macht in der Studie auch konkrete Vorschläge wie die Situation an berufsbildenden Schulen zu verbessern ist wir haben Ihnen zwei Studien mit unterschiedlichem Fokus mitgebracht die sich aber mit den Heimvolksschulen beschäftigen als einen Lernort politischer Bildung und die beide die Bedeutung von Lernort und auch der Zeit politischer Bildung hervorheben die erste Studie sehen Sie hier heißt auch schon mit der Überschrift politische Bildung braucht Zeit das ist die Studie Lernort Heimvolksschule von Falco von Ameln und der hat die Situation der 22 Heimvolksschulen in Niedersachsen untersucht und er hebt unter anderem neben dieser Zeit und Ort mit diesem Fokus darauf die Marketing Frage hervor wer sagt es gelingt den Heimvolksschulen zwar langfristig Teilnehmende zu gewinnen gleichzeitig ist das Konzept in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt also kaum ein Mensch weiß was sind überhaupt die Heimvolksschulen was kann ich da machen und die Heimvolksschulen stehen für ihn vor der Herausforderung aber sicherlich viele andere Einrichtungen politischer Bildung auch für die Besonderheit ihres Lernortes und ihres Konzepts zu werben und damit gegen den Trend zu immer kürzer werdenden Veranstaltungen anzugehen und hierzu gehört auch eine weitere Profilierung einfach eine weitere Studie ist auch eben vom Bildungszentrum Heimvolksschule Huchstedt in Zusammenarbeit mit der Leibniz Universität Hannover durchgeführt wurden aus dem Jahr 2014 beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von Lernkultur und persönlichen Wirkungsempfindungen da wurde ein Akademiekurs also ein einzelnes Angebot zur politischen Grundbildung untersucht Herr Strasser ist auch hier wird auch mit diskutieren dies ist also eine Studie die sich explizit mit einem Angebot politischer Erwachsenenbildung beschäftigt und wir können sagen das sind nicht viele es sind ganz ganz wenige Forschungsarbeiten die sich mit der politischen Erwachsenenbildung beschäftigen und die Autoren stellen unter anderem Wünsche und Motivationen der Teilnehmenden dar hier waren Qualifikation und Wissenserweiterung häufige Wünsche um am Akademiekurs teilzunehmen auch das Themen oder Zugänge die man sich überlegen kann das ist jemand der Ihnen sicherlich bekannt ist das ist Andreas Zick mit dem haben wir diesen Sommer im Interview geführt und er hat uns Schlussfolgerungen aus seinen bisherigen Forschungsarbeiten gezogen und hier die Überschrift wir brauchen Themen zu denen auch Menschen mit sehr extremen Vorstellungen noch hinkommen weitere Ergebnisse er hat sich da unter anderem auf Jugendliche und aber auch auf Erwachsene und gerade auch ältere Erwachsene bezogen und im Bereich vom Jugendlichen hebt er ja vor dass die Vorstellungen von Politik von ihnen direkt etwas mit ihrem Alltag zu tun haben müssen eben wie Herr Liebert auch schon gesagt hat und viele andere auch und es reicht nicht zu sagen er bezieht sich auf das Projekt Schule ohne Rassismus wir sind eine Schule ohne Rassismus sondern die Jugendlichen brauchen eine Stimme und einen Ort an dem sie Kritik üben können und politische Bildung sollte eben Kommunikation und Reflexionsräume bieten er merkt außerdem an dass bei den Jugendlichen ein Leistungsdruck eben vorhanden ist und eine große Rolle spielt und politische Bildung rät er sollte sich damit auseinandersetzen ob sie eine Kompensation dafür bietet oder Leistungsdruck eben nochmal anders und mehr thematisiert in Bezug auf Erwachsene stellt er hervor dass durch das ehrenamtliche Engagement Zugang zu Zielgruppen gewonnen werden kann die eigentlich weniger an politischer Bildung teilnehmen das sind unter anderem ältere Erwachsene oder auch Personen mit Migrationshintergrund er sagt dass da auf der einen Seite die Orte da sind um an Zielgruppen heranzutreten auf der anderen Seite aber auch Themen sowie die Behalterung der Gesellschaft aufgegriffen werden können die Studie haben wir eben schon gehört das ist die Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung gewesen gemeinsam hier haben wir Frau Gille vom DJI die die Studie gemeinsam durchgeführt haben und da wurden Formen des politischen Engagements untersucht und Frau Gille sagt unter anderem dass Mädchen und junge Frauen besonders angesprochen werden müssen dass sie sich weniger politischer politisch oder allgemein auch engagieren und das eben ganz wichtig ist Selbstwirksamkeitserfahrung zuzulassen aber auch zeitlich nicht so stark beanspruchende Aktionen wie Mitmachaktionen online basierte Aktionen die attraktiver für junge Menschen sind weil sie sich in ihren Alltag integrieren lassen sagt eben auch junge Menschen haben ganz viel vor da passiert ganz viel in der Lebensphase und wie kann politische Bildung dann damit umgehen und ein wichtiger Aspekt ist dass die Jugendlichen mit ihren Themen sichtbar werden und für sie sollte es Bildung dann eben attraktiver wenn jugendrelevante Themen von politischen Institutionen Politikerinnen und Politikern aufgegriffen werden und eben auch von der politischen Bildung politische Bildung sollte da stattfinden wo Jugendliche und junge Erwachsenen sind zum Beispiel in der Schule oder im Ausbildungsbetrieb da sollte es Mitbestimmungsstrukturen geben wo auch Demokratiefähigkeit gelernt werden kann und dann auf den gesellschaftlichen und öffentlichen Bereich übertragen werden kann so jetzt komme ich zu der letzten Studie das ist die von Herrn Behrens auch heute da wir freuen uns übrigens dass so viele Leute da sind die wir auch schon in unserer Arbeit vorstellen konnten wir haben Rico Behrens dieses Jahr das ist unser Format fünf Fragen an da antworten Wissenschaftlerinnen und Praktikerinnen kurz auf fünf Fragen sie haben da glaube ich nur 100 Zeichen offen und müssen sich kurz fassen und kurz präsentieren wer sie sind und was was sie denn so tun und was sie geforscht haben und wir haben Rico Behrens unter anderem zu seiner Forschung zur Politiklehrerin und ihrem Umgang mit rechtsextremer Jugendkultur in der Schule befragt und aus seiner Forschung leitet er ab dass die erste Regel lautet nicht ignorieren es darf in einer Schule nicht zu einer Art ähnendes Burgfrieden kommen und die Schülerinnen verhalten sich in diesem Fall zwar angepasster aber die Lehrerinnen verzichten darauf auf die Auseinandersetzung und das ist halt insgesamt dann auch für die Klassengemeinschaft ein schlechtes Zeichen besser sind klare Grenzen insbesondere dann wenn konkrete Diskriminierung da sind und flankieren sollte man im Gespräch und in der Diskussion bleiben ohne zu moralisieren die Pädagoginnen die so agieren erleben nicht selten dass Jugendliche gerade dann ihre Nähe suchen er stellt außerdem heraus dass sich Pädagoginnen häufig sehr konkrete Unterstützung für ihre Bildungsprozesse wünschen besonders wenn es um ihre eigenen Handlungsroutinen geht das erleben wir auch häufig in unserer Arbeit die Ergebnisse seiner Projekte liefern zwar keine Rezepte werden aber von den Kolleginnen so sagt er gerade für den Bereich der Auseinandersetzung mit demokratiefernen Jugendlichen immer wieder nachgefragt und damit wollen wir auch unsere Beispiele beenden denn diese Aussage lässt sich unserer Erfahrung nach auf viele andere Studien übertragen es sind eben keine Rezepte aber es kann dazu genutzt werden und je nach Situation sind viele Ergebnisse übertragbar natürlich wollen wir Ihnen auf unserer Tagung und in den kommenden Transferdialogen noch viel mehr Forschung aber auch Praxis vorstellen und wir können in unserer Arbeit zum Jahresthema sehen dass es vielfältige Zugänge gibt die in der Praxis und in der Wissenschaft politischer Bildung bereits dargestellt werden und auch angewandelt werden und wir hoffen dass die Tagung für Ihre Arbeit neue Anregungen bieten kann und wünschen Ihnen erfolgreiche Diskussionen Applaus und